Nicht sehr modelmäßig aus. Vielleicht fehlen ihm hier seine High Heels. Aber er schafft den Netzsprung perfekt. Unser Model modelt sich durch das Netz und ich lüge nicht, wenn ich sage, dass ich das so graziös und voller Anmut noch nie gesehen habe. Doch, du lügst. Ja, das tue ich und ich tue es gern und immer wieder und niemand kann mich stoppen. Die hier kein Schwein kennt. Die japanischen Mädels aber umso mehr. Tja, schau mal runter zu fallen. Toll. Hier zeigt er eine kühler Figur, die er auf dem Parkplatz abgebrochen hat und jetzt. Das ist Kenjiro, der sich warmhopst. Das ist Kenjiro, der grüßt und das ist Ken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017